hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge faktorio in der letzten folge haben wir ja endlich unser kernkraftwerk ans netz gebracht und ein paar radare aufgebaut damit wir in zukunft immer schön sehen was los ist wie zum beispiel jetzt da können wir draufklicken und sehen der laser ballert ordentlich ein schuss und der aden ist matsch hervorragend was wir jetzt was das alarm ein objekt benötigt bauroboter ach mein auto ist in der range von dem teil hier aber es ist kaputt und deshalb beschwert er sich ja ja doch das war's interessant interessant ja diese problematik ist dass wir für die roboter diese flug okay ich stehe nicht auf dem gleis diese fluggestelle brauchen und dafür brauchen wir elektromotoren die wir nicht haben und wir brauchen ebenfalls elektromotoren für diese wissenschaftspakete produktion und die haben wir auch nicht und das heißt es wird höchste zeit unsere schmelze mal fertig zu kriegen und da frage ich mich gerade warum hier keine kopfers na gut wir bauen erst mal das stromnetz und wir haben zu wenig kupferplatten natürlich haben wir zu wenig kupferplatten und zu den kupferplatten für die kupferplatten produktion dass jetzt nichts zu aber das wunderbare ist unser kernkraftwerk läuft und wer mit so viel strom einfach ich mein guckt euch das an das ist das hier war unsere gesamte strom produktion davor und die laufen halt noch nicht mal noch nicht mal wirklich an die sind nicht mal richtig angelaufen die laufen so auf zehn prozent oder so das ist es einfach wunderbar 10 20 30 40 50 am meisten sind glaube ich eine ganz gute zahl mal schauen ob es reicht aber erst mal glaube ich ganz okay so wie ein bisschen zeug dass wir nicht alles in unserer hotbar haben durch packt mal des meisters der hotbar raus so optimal unser inventar ist ganz schön voll gemüllt ein paar müllplätze bringen noch nichts aber bald sobald wir hier die roboter langer fertig haben läuft das ganz schön gut denke ich mal gegenstände in diesem logistik netz 36 brennstäbe und 8 abgebrannte und aha okay ich habe mir fast gedacht dass das ist das orange ist ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm wir stellen die box einfach hierhin und packen hier die brennstäbe rein und legen dann hierher ein förderband so 1 2 3 4 5 so und dann hier noch normalen greifarm so davon haben wir nicht so viel da reicht auch ein langsamer so und dann sehen wir jetzt in diesem logistik netz 116 brennstäbe es fehlt halt nur an robotern an logistik robotern und an reparatur kits so okay da kann ich helfen 1 2 3 4 5 die können wir theoretisch schon mal reinlegen und dann bauen wir weiter an unserer schmelze warum hier noch kein kupfererz ankommt wie gesagt da müssen wir dann noch schauen aber das kriegen wir auch geregelt immer schön in die mitte so wie immer so wenn die ganzen öfen erstmal loslegen dann fährt auch unser atomkraftwerk mal richtig hoch und dann geht die party richtig ab das zeige euch da ist ein baum im weg was fällt dem baum denn ein hallo was ist irgendwie ist das mit dem setzen von den dingern hier komisch ich glaube da muss ich ja manuell einfach versuchen das hinzukriegen wenn man die lücken abzupassen so und dann hier wir haben hier ein wunderschönes gittermuster naja habe ich es nicht gepackt oha okay ich glaube ich habe ich ein bisschen mit der in der menge verschätzt an strommasten die wir hier brauchen aber aber so richtig verschätzt brauchen wir mehr kopferplatten ne aber es wird es wird ähm oder es mangelt an kopferplatten ne an stahlträgern mangelt jetzt aber ich würde das gerne eigentlich schon im betrieb sehen warum genau haben wir hier noch keine kupferplatten wie war denn das ach hier vorne steht ein zug da steht ein zug ach das ist der uranzug ach der kofferbahnhof ist noch nicht mal gebaut aha ja gut habe ich gesagt dass ja vielleicht habe ich das aber ähm ja hm gut wie viele ähm Abbaugeräte haben wir denn hier 26 das reicht im leben nicht okay dann laufen wir nochmal zu unserer Forschungseinrichtung und kümmern uns drum ach was ist hier schon wieder los hier entsteht so ein richtiger Graben aus Leichen ey wir versuchen es halt immer wieder ich hoffe noch dass unsere Verteidigung noch immer wieder stand hält aber sobald wir das erste rote Ausrufezeichen sehen wird es unangenehm um es mal vorsichtig zu sagen sehr unangenehm sogar so haben wir noch von den naja von denen hier können wir ruhig uiuiuiuiui was ist denn das für ein lag jetzt gewesen lag faktorio gerade was ist denn kaputt hier so 10 20 30 40 50 so und dann hätte ich noch ganz gerne diese gerätschaften so wie viel haben wir jetzt 50 äh hä wo ist es jetzt hin da ein noch so jetzt haben wir über 100 über 100 reicht gerade so weil hier das das wird auch nicht für alle Ewigkeit reichen wenn man sich das so anschaut also wenn wir mal auf der Karte schauen sind dann nur noch 100 44k Eisen da sind nur noch 400k nicht dass das jetzt unfassbar wenig ist aber es zeigt wir müssen uns kümmern wir müssen uns um die Zukunft in dieser Fabrik hier kümmern und außerdem brauchen wir halt eine Menge Zeug für äh Forschung und so Dinge äh na gut eigentlich beuten wir den Planeten noch zum Spaß aus aber ach da unten sind auch nochmal 50 dann haben wir jetzt 157 na gut das reicht dann locker easy so also erstmal die Stromversorgung weiter jetzt äh bin ich aber ein bisschen besoffen hier ne so zack zack jawohl jetzt geht's wieder komm so nein das ist falsch ich würde sagen wir machen dann äh Bus der dann quasi pro Ressource vier Förderbänder versorgt ich glaube das ist ganz gut so damit wäre die Stromverkabelung schon mal in Ordnung das will mir gefallen wie sieht's hier unten mit den Brennstäben aus es sind noch 34 drin ähm nur um sicher zu gehen packe ich da mal manuell noch 40 rein ich weiß ja nicht wie lange wir dann oben bei der Kupfermine sind äh mach mal hier einfach ein bisschen was rein und hier sind dann auch immer noch 60 Stück das ist gut das ist sehr gut das ist sehr gut dann einmal zum Auto so und dann hoch zur Kupferproduktion Kupferproduktion ja gut wir sollten vielleicht äh hier so einen Bogen machen äh weil wenn man hier mit dem Auto nicht mehr weiterkommt dann ist das nicht so gut so ich glaube das ist eine ganz dumme Idee hier auf dem Gleis zu fahren aber ich behalte die Karte im Auge okay so ähm diese Steuerung die macht mich so wahnsinnig okay hier müssen wir über die Eisenbahnbrücke okay ich sehe gerade keinen Zug auf der Minimap das ist gut weil wenn einer kommt dann sind wir tot wenn wir auf dem Gleis sind gut okay also hier ist unsere äh Kupferstätte und mir wurde gesagt ich soll mal hier ein bisschen mit Granaten roden weil das schneller geht ja da ist wohl äh was wahres dran okay okay ich muss auch aufpassen mich nicht selbst zu killen das wäre auch nicht so klug so einfach mal ein bisschen aufräumen hier okay das ist ein Fels ich glaube den bauen wir lieber so ab so gut so groß ist das Kupfer vorkommen jetzt auch nicht ne 1,1 Millionen hm hm da oben ist noch Stein 400.000 ah schon lange tot okay äh 100.000 ja mit Kupfer ist nicht so so weit her ne also hm wenn das hier weg ist ich meine hier Eisen haben wir 7 Millionen aber hier haben wir nur eine Million wenn das weg ist dann da haben wir erstmal ein ordentliches Problem Uran also Uran haben wir überall so ein bisschen hier oben ist ein riesiges Uran vorkommen das können wir anzapfen wenn die 500.000 hier unten weg sind 8 Millionen Uran hier sind nochmal eine Million Eisen naja naja das wird äh noch spannend Moment ah ne ich hätte ich hätte mich erst am Raster ausrichten sollen na komm wir haben wir genug und der hier hoch ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert aber hier ist ja lieber zu groß als zu klein und wenn wir bedenken wie das äh Eisenfeld aussieht dann ist das hier definitiv nicht zu groß ja ja dann ist das eher zu klein wir bräuchten halt auch so ein 10 Millionen äh Eisen vorkommen das wäre sehr schön so okay das hier können wir können wir knicken wenn man mal guckt hier sind nur 3,3k und hier sind 32k 39k auf einem Haufen aber gut so ich habe natürlich wieder nichts mitgenommen man kennt mich so 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 dann wir extra eine Produktion für und dann ah lokomotive e lokomotive elektromotor ja wir brauchen dringend eine elektromotor fertigung so da 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 so gut da müssen wir einmal kommen wir kurz nach hause ähm dann nehmen wir die Bahn dann kann ich der Uranerz sein nein ähm haben wir ah warte ich habe Holz im Inventar da heizen sie vorbei die anderen Züge okay okay also von hinten kann eigentlich keiner kommen weil wir alles mit Signalen geregelt haben okay da steht der erste Zug und der zweite steht hier wir müssen vorne immer ein bisschen aufpassen ach ach und abbauen das wäre nicht so gut wenn der hier einfach rum steht mitten auf dem Gleis während wir nicht da sind ist nicht ganz optimal so irgendwo hier unten ist unsere Fließbandproduktion äh Eisenplatten könnten wir definitiv auch noch gebrauchen aber das hier kann eigentlich wirklich weg ne aber das hier kann wirklich weg also ja für aller Liebe aber das kann weg äh das dann nicht aber die die vier armseligen Dinger hier das ist einfach das ist einfach nur traurig so ach so ach ja gut der braucht Strom okay das stimmt gut damit wäre der Unfall hier mal weg Mh, ja gut. Machen wir uns hier noch eine Müllkiste. Wo sowas rein kann und sowas brauchen wir nicht mehr. So, also Fließbänder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achthundert Stück. Gut, dann Eisenplatten brauchen wir noch. Eisen und Kupferplatten. Okay und Inventar ist auch full. Davon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück glaube ich. Schaden auch nicht. Persönlicher Roboter-Hanger glaube ich. Können wir auch noch nicht bauen, weil, ja warum eigentlich? Wegen Batterien. Ja gut, wir können ihn ja schon mal? Oder haben wir hier schon? Nö, also wir können ihn ja eigentlich schon mal bauen. Und sobald wir dann Roboter haben, können wir die auch mitnehmen. Ohne extra noch mal irgendwas machen zu müssen. Das ist glaube ich ganz gut. Und hier haben wir Unmengen an, oh ja, Unmengen an Akkus und Netz-Akkus, die wir jetzt auch nicht mehr ganz so dringend brauchen. Sind die Batterie? 124. Persönliche Roboter-Hanger. Exoskelet. Ah ja, genau dafür haben wir Prozessseinheiten gebraucht. Stimmt. Und ein Energieschild. Das kann auch nicht schaden. Das kann definitiv auch nicht schaden. Wenn es noch reinpasst in den Anzug. Das ist natürlich die andere Frage. Kommt da gerade was? Nee. Wir können hier ruhig Holz reinmachen. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Wobei, solange ich auf dem Gleis stehe, ist eigentlich egal. Weil dann die Signale rot zeigen. Ich muss nur aufpassen, dass ich keinem anderen reinfahre. Aber mir kann eigentlich keiner reinfahren. Waren die letzten Worte oder so. Okay, der steht auch noch hier am Bahnhof. Oder auch nicht. Bremse. Okay. Gut. Haben wir hier schon einen Bahnhof? Nee. Bahnhof. Ich denke mal, hier so ist es ganz gut platziert. So, wie sieht es denn aus? Roboter-Hanger kriegen wir hin. Energieschild kriegen wir auch hin. Hat alles Luft. Sehr gut. Und Energieschild ist geladen. Und jetzt lädt die Batterie wahrscheinlich wieder. Hoffe ich. Also ein paar... So eine Solarzelle können wir glaube ich noch machen. Ähm... Wie viel Energie braucht denn das eigentlich? 10 KW... Ja, als ob eine Solarplatte, die man mit sich rumträgt, 10 KW hat. Aber okay, ich akzeptiere das mal. Was braucht 10 KW? Das braucht 2 Megawatt. Aber nicht im Idol, oder? Du hast 240 KW. 240 KW. Ähm... Also ich hoffe mal, dass das halt nicht so Dauerbelastung ist. Sonst wäre das ein bisschen heftig. Dann muss ich wieder ein paar Sachen ausbauen. Das wäre nicht so schön. Aber kann schon sein. Ich meine, wir reden hier von Solarenergie. Und ich fand irgendwas Krassem. Äh... Wo ist die Photovoltaikplatte? Da ist die... Zack. So, jetzt nochmal 10 KW mehr. Ah, okay. Der Roboter-Hanger lädt gerade seinen internen Puffer auf. Und das braucht richtig viel Strom. Autsch. 1, 2, 3, 4, 5. Ähm... Ja, ein 4 zu 1 wäre ganz nett. Aber haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Dann können wir hier ein Buch nachgucken. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Ein 4 zu 4, 4 zu 5, 4 zu 6, 4 zu 3. Ähm... Ne. 4 zu 6, 4 zu 8. 8 zu 7, 8 zu 6, 8 zu 4. 4 zu 3 ist das kleinste. Ne, okay. Ähm... Da müssen wir selber ein bisschen... Tricksen. Hm... Ich überlege gerade... Wie wir das hier am besten regeln. Also am besten ist es wahrscheinlich, wenn hier solche lang laufen. die roten. Ah, wobei... Wir bauen ja hier immer Puffer ein. Also quasi Arm, Kiste, Arm, Band. Okay. Mhm. Und dann... Brauchen wir noch hier so einen roten Durchgang. So. Dann würde ich einfach sagen, wir nehmen den von der Seite. Und den auch von der Seite. Weil das kann ja quasi zwei... Ja, aber eigentlich nur ein ganzes. So eine halbe von der Seite. Naja. Ähm... Ja gut. Das ist natürlich jetzt spannend. Ich baue mal den Energieschild aus. Mhm. Aber das bringt jetzt nicht so viel. Dann baue ich doch den Roboter-Hunger lieber wieder aus. Aber jetzt ist die Energie schon leer, ne? Boah. Oh man. Also. Dann gehen wir damit hoch. Und damit... Der hier kann meinetwegen direkt hier dran. Weil der... Hat eh nicht so viel... Durchleiter-Kapazität. So dann der hier da durch. Wobei hier kann man ein bisschen sparen. Indem wir das so machen. So. Hier machen wir das aber nicht so. Hier machen wir das so. So. Dann gehen zwei auf die eine, zwei auf die andere Seite. Und der Popeliger hier, der packt von unten drauf. Ist jetzt nicht optimal. Ist ja klar. Aber... Egal. Ähm... Drei... 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 Greifarme. Das kann ich schon mal vergessen. Okay. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Äh... 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. XI. schnelle greif arme die allerdings die kisten voll machen das geht schon klar so da 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 so aber wir brauchen nicht hier quasi dann ein und dann hier ein und dementsprechend hier und da ok geht das so ist so alles abgedeckt ja dieses sollst du schon ordentlichen abstand machen ok was wäre da das heißt jetzt immer alles irgendwie so ein bisschen überlappen abgedeckt weil die abbaugeräte größer sind als die spalten zwischen den dingern ok das ist gut so so und so und weiter geht's mit so so und so und weiter geht's mit so ja man könnte jetzt höchstens noch hier sowas hinbauen damit das so ein bisschen gebalanced wird das ist jetzt weit weg von dem was ein richtiger balancer macht aber das ist besser als nix ja und stromversorgung ist auch spannend ähm es macht jetzt keinen sinn irgendwie hier großartig außenrum wir könnten hier bei wir haben ja hier die hauptleitung das heißt wir können hier einfach so rüber gehen stimmt wir wollen jetzt gerade über den see gehen aber müssen wir gar nicht müssen wir gar nicht äh wo haben wir jetzt hier ein Stahl träumen ok das heißt wir nehmen hier einfach einen Mast und gehen hier in die Richtung ja das reicht natürlich lange nicht so ach aber es sind noch welche im Inventar ja gut dann wenn das so ist na komm soll muss schon auf einer Linie sein es soll nicht nur es muss auf einer Linie sein sonst da gefällt mir das nicht so gut damit wäre das dann auch ans Stromnetz angebunden die produzieren ganz gut Energie das ist sehr schön damit hätten wir da mit ja na gut damit hätten wir hier noch überhaupt keine Energie so wir können das hier so machen und hier zwei von den Masten gehen noch so dann machen wir das doch am besten so hat der letzte hier auch Strom gut damit hätten die alle soweit Strom und hier haben auch einige Strom sogar relativ viele ja die produzieren hier schön fleißig und hier wird alles auch schön aufs Band gepresst die eine Seite wird gut voll die andere noch nicht aber da hängt auch noch kein Strom drin also das ist schon okay und dann haben wir hier den Zug und kein Zeug mehr für Güterwaggons genauso wie es sein muss nicht ähm ich hatte da gerade irgendwas nee aber ich denke mal langsam kommen wir einer brauchbaren Produktion immer näher so also wir brauchen eine Menge von dem Kram hier so jetzt wird es Tag das heißt wir können mal unser Schutzschild hier reindrücken das braucht jetzt eine Menge Akku aber wie man sieht ist es nicht das Hauptproblem das Hauptproblem war der Hangar oder ist der Hangar wäre schön wenn das Problem gewesen wäre so ähm Güterwaggon 1,2,3,4 okay Platten haben wir Stahl ja wobei Stahlträger geht schon noch mehr da geht noch was ja Stahlträger haben wir Kopferplatten haben wir Eisenplatten haben wir Förderbände haben wir Beton haben wir Zinkelsteine okay so weit so gut der her nervt mich so ein bisschen so gut ich würde sagen das war es dann soweit für die heutige Folge wir sehen uns in der nächsten Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss